Vor dem Tor Nordstrom, der wird da weg, Beförder von Steiner, jetzt kommt er wieder. Oh, Metzola, guter Abschluss, Joko, das ist das 2-1. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Necki, da rüber und dann noch einmal der Querpass, einmal durch die Box, Joko frei. Wir haben das Nussbaum, aber erst mit der guten Übersicht. Metzola muss verschieben, Joko versteckt das Ding.